Ich dachte wir könnten so ein bisschen an... Ok, da gibt es scheinbar keinen Unterschied Gut, dann gehen wir mal weiter Jakob, Helikopter sind unterwegs zu ihnen Kommen sie so schnell wie möglich her Er gibt euch so hart Das sind Arrikaden, schnell, schnell Achtung, in Deckung bleiben Füßt zu, bleibt zusammen Da müssen wir nicht Das kriegen wir irgendwie hin Wir sind alle tot Ihr habt 30 Sekunden Wo ist die göttliche Quelle? Box aus Stopp! Hören Sie sofort auf damit! Wo ist sie? Halt! Halt! Diese Karte Der Atlas Sie zeigt ihnen den Weg Ok, erzähl mir von diesem Atlas He Eine Popcorn! Haha Huahaha Wie geil, Sturmgewehr Was? Ich habe keine Munition mehr dafür. Wieso habe ich jetzt keine Munition mehr dafür? Das gibt es doch nicht. Das scheiß Zeug. Ich möchte mein Sturmgewehr. Kann mein Sturmgewehr nicht benutzen? Wieso kann ich mein Sturm nicht benutzen? Bitte, nein, HALF! Kommen, gib mir dein Zeug. Aua! Fau... Oh... Shit. Oh. 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 Das war schlecht. Ähm. Wie kriege ich den denn... ...weg? Shit. Wie kriege ich den denn weg? Wir können die Stellung nicht viel länger halten. So wer das nicht umgehen könnte, mit mir das noch! Das geht gleich hoch. Das wird dir nicht reichen. Nein! Boah. Das ist so rüber, die geranken Wieler. Wir können die Stellung nicht viel länger halten. Wer will sie nicht umgehen können? Dann gehen wir das noch! Ich will hier alles abwarten. Das hält mich nicht aus. Oh Scheiße! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Wir sind raus hier. Rückzug. Alle zum Startpunkt. Okay. Haben wir das Dorf jetzt... beschützt? Die Einheimischen haben uns überrannt. Croft ist bei ihnen. Schwere Verluste. Männer sind tot oder verstreut. Wir hätten sie töten sollen. Du hast keine Ergebnisse vorzuweisen. Vielleicht schafft sie, woran du bisher scheiterst. Ich werde nicht scheitern! Trinity greift ein, wenn du's tust. Weißt du, was das heißt? Ich bin entbehrlich. Mein Überleben interessiert sie nicht. Ich brauche die Macht der Quelle. Und du wirst sie kriegen. Verlier den Glauben nicht. Es ist Gottes Wille. Unser Erfolg ist unvermeidlich. Bitte. Finde sie einfach. Mir läuft die Zeit davon. Wir sind so weit. Ich hab viel erduldet. Die letzten Hindernisse, vor die du mich gestellt hast. Die Sünden, die ich begehen musste, sie müssen einen Sinn haben. Nur du kannst mir den Weg zeigen. Gib mir Kraft, weiterzumachen für sie. Für dich. Für Trinity. Bitte. Zeig mir den Weg. Ohohohoho. Dann fließt er zu blut. Dann fließt er zu blut. Dann fließt er zu blut. Bleib bei mir. Bleib bei mir. Tut mir leid. Das haben ihre Leute nicht verdient. Wir haben es so gewählt. Unseren Weg. Es war noch nie einfach. Ich weiß, wie es ist, jemanden zu verlieren. Trinity wird nicht aufhören, oder? Das wird zweifle ich. Die haben viele Ressourcen. Und der Atlas? Er ist eine antike Karte der alten Stadt. Aber die werden ihn nicht im Turm finden. Viele meiner Leute leben in diesen Ruinen. Sie sind nicht auf das vorbereitet, was kommt. Ich kann helfen, Jacob. Tun sie das für uns? Oder für das, was sie suchen? Im Moment ist das ein und dasselbe. Sobald ich die Verletzten versorgt habe, bringe ich Verstärkung mit. Gut, dann machen wir uns alleine weit auf dem Weg. Ich kann, Jacob. Der Andriff hat alles verwüstet und wir können niemanden zur Acropolis schicken. Ich weiß. Ich sehe noch immer nicht richtig. Alles ist verschwommen. Was erwartest du nach einem Schlag auf den Kopf? Aber es ist bald, als es eintrifft. Komm schon. Eine MP-Komponente. Drei von vier gefunden. Können sie den nahegelegenen Eingang näher? Möchte ich nicht. Ich laufe jetzt einfach mal durch. Wir müssen jetzt... War der Turm die Acropolis? Ich weiß nicht, was Acropolis heißt in deutsch. Deshalb... Kann ich das jetzt nicht so genau Saaten? Egal. Jacob, es ist das reinste Chaos hier. Keine Spur von ihren Leuten. Sophia hat sie vielleicht in die Katakomben unter dem Turm gebracht. Aber ich erreiche sie nicht. Okay, dann suche ich dort nach ihr. Wir haben fast alle Verletzten evakuiert. Ich stoße bald zu ihnen. Ja. Ja. Oh. Hm, ja. Natürlich kriege ich das nicht hin. Weshalb auch nicht? Ah. Ich kann hier in der Seite weiter klettern. Das habe ich gerade nicht gesehen. Das ist nicht so gut für meine Grafikkarte. Die ist... Also ich habe gerade alles nebenbei offen. Und gucke, ob ich das mit der guten Einstellung... ...alles mache. Ob die Einstellungen gut sind. Und es sieht... Ist zwar bei 100%, aber... Geht nicht über die 60 Grad. Was schon mal sehr schön ist und ist nicht sonderlich laut. Aber habe ich damit auch kein Problem. Sollte mich ein bisschen beeilen. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Nicht schießen. Nicht schießen. ein Verspiel. Oh, jetzt antigeiffen! Schwärmen! Gott! Gehen wir das her! Geist dich! Geist dich! Geist dich! Geist dich! Geht dich! Geist dich! Geist dich! Geist dich! Geist dich! Geist dich! So, ich würde sagen... Wir haben jetzt alle! Da müssen wir hin... Wir können noch was Holz sammeln... Denn... Wir wissen ja nie wann unser Holz ausgeht, was wir immer so ständig mit uns führen... Oder Benzinkernister, die können ja auch mal ausgehen... Oder so ein bisschen Munition... Also alles was hier so rumliegt... Also alles was hier so rumliegt...